ja servus und hallo zusammen willkommen zurück zu werwolf the apocalypse earthblood mit unserem karl dem rächer so nenne ich ihn jetzt genau nix mehr umweltaktivist sondern der rächer der sich von einem von einem zum anderen abenteuer rumschnetzelt anders kann man es leider nicht ausdrücken denn die schnetzelei jetzt zu ende des spiels nimmt doch sehr stark überhand das finde ich ein bisschen schade denn es wäre eigentlich nicht nötig aber ja offenbar ohne jetzt allzu viel dreck werfen zu wollen aber es fühlt sich so an als wäre ein bisschen die kreativität ausgegangen und das ganze wird kompensiert indem und das spiel etwas in die länge zieht aber gut ist meine persönliche meinung hätte nicht unbedingt sein müssen naja wäre bestimmt auch anders gegangen angriff auf das hauptgottier endet in einem fehlschlag watkins flieht mit der dana nachdem er operation erst aktiviert hat eine verbindung die als katalysator agiert erst den geistern des wurms ermöglicht menschen die für seinen einfluss empfänglich sind leicht in besitz nehmen zu können naja na dann läuft und die für die kreativität ja und ihr schutzgeist die haben sich auf den deal eingelassen mit endron und ja ich schätze mal die wurden genauso verarscht und lasst mich raten wir müssen gegen die jungs kloppen natürlich jetzt bringen wir unsere eigenen kollegen um weil die alle so schwach sind und dem würm verfallen sind also müssen wir das gebäude hier zweimal befreien einmal von endron und dann von unseren tja du sagst es du hattest keine wahl da will ich gar nicht hin oder da will ich nicht hin da will ist das was ich gemeint habe diese sinnlose klopperei ja gut ich geh jetzt gebäude es doch durch ja Er lebt da noch Ah, da ist noch ein paar Okay Ich warte mal, bis die kommen Okay, kommt keiner Kommt hier Sind sie denn? Da sind sie Die sehen ja witzig aus Die Kleider Stampfen den Boden, die Burschen Ach, das ist Ja Ich kann mich nur wiederholen Das ist echt traurig Schade, wenn so die Ideen ausgehen Naja Okay Das hat es nicht geschafft Das zerstreut jetzt aber nicht meinen Verdacht Hallo Tja, dann werde ich nie erfahren Ob das nicht doch der Verräter war Oder naja, wie auch immer Ich bin davon ausgegangen Dass der Die Kiste verraten hat So, ja wie komme ich jetzt da hoch Mensch Wo geht's hier raus? Die alte Frage Genau Das alte Lied Wo geht's hier raus? Hier, okay Na dann Ich hätte mir das echt merken sollen Aber irgendwie, naja Ist nicht meine Stärke Mir sowas zu merken Na dann Wollen wir die gute Dame mal konfrontieren Mit Werte Leute Ich kann mir das wissen, wie auch immer Korrumpiert, naja, Garou verrät es eine nicht. All in exchange for a few heads. So that Red Talon was following your orders? Yes, but you survived, and that puts all of us in danger. Your death was a key part of the arrangement. You've lost your mind. Pachua never should have allowed this to happen unless the worms corrupted him too. Through your bond. I'm sorry, Onawa, but I need to put things right. Na, jetzt wird's lustig. Das hat man davon, wenn man den das Leben rettet. Verdammt. Hä? Was ist das jetzt? Boah, Alter. Okay. Gehst du weg, jetzt. Jetzt müssen wir gegen den Schutzgeist kämpfen. Ja, ich lade mich kaputt. Jetzt kämpfen wir gegen den Schutzgeist. Ja, sicher. Das ist nicht der Ernst, oder? Oh, oh, jetzt wird's aber langsam eng hier. Oh, oh, jetzt wird's aber langsam eng hier. Ja, genau. Ja, genau. Jetzt gib ihm neue Energie. So ist es nicht. Na dann. Also, Raserei, versuchen wir's damit. Okay, okay. Jetzt wird's aber echt finster hier. Okay, okay. Jetzt wird's aber echt finster hier. Jetzt haben wir schon vier Gegner hier. Fünf eigentlich, ne? Wenn man den Schutzgeist mitrechnet. So. So. Ah, fast hat man gehabt. Hat nicht viel gefehlt. Die Kameraführung ist manchmal ein bisschen, naja, suboptimal. Denn das war so, ja, zack, ich sehe main test jetzt auch mit dem Scheiß. Boah, Alter, jetzt, jetzt Jetzt, wo ist er, der Trottel? Da kommt er Jawoll Jawoll Der Wurm Das war's Am I still your enemy, Leader of the Red Talons? Forgive me, Fionna Warrior. I failed in my duty. I remained blind as Endran used me to corrupt our Guardian Spirit. What will become of him now? He was gravely tainted by the worm, but will regain his strength and time and be reborn from his ashes. You will forever have the Red Talons gratitude. Ja, ja, das habe ich schon mal gehört. Ist es wirklich vorbei? Are you sure the worm won't reappear as Pachua regains his power? I am no longer sure of anything, Fionna. It was my certainty that caused this. For now, all I can do is wait and see. I thought I withstood the worm on my own. But it was Pachua protecting me through our bond. He suffered the full force of the worm's corruption. And through this same bond, I allowed the corruption that infected Pachua to cloud my mind. His rage became my own. Da. Hier trennen sich die Wege. I have to leave. My daughter can't wait. Leave without worry, Cahol. You have significantly weakened Endran's hold here. We will finish the purification of our territory. Maybe we'll meet again someday. You will be welcome if you ever come this way again. Hey, ich komme sicher nicht. Ganz vergessen, hier habe ich nichts mehr zu suchen. Hier gefällt es mir nicht mehr. Mann, Mann. Alles für die Katz. Ganze Theater, alles für die Katz. Also gut, dann zu Declan. Das ärgert mich, dass wir nicht erfahren werden, ob Dusk nicht doch der Verräter war. Das ist die ganze schöne Verschwörungstheorie beim Teufel. Einfach mit so einem hässlichen kleinen Satz. Dusk ist tot. Na toll. Noch ein Schnaps irgendwo, oder? Ich brauche noch ein Schnaps. Nö. Nö. Haben wir ja keinen Schnaps gehabt. Echt? Komm, hier ist doch bestimmt irgendwo eine Pulle für mich. Ich will meinen Schnaps auffüllen. Nö, gibt's nicht. Okay. So, hier mal schauen. Na gut. Dann nicht. Declan, ich bin bereit. Ich bin jetzt auf meinem Weg. Dem Helikopter. Respekt. Androns black side is based off shore. Ava und die anderen sind bereits auf ihrem Weg, um den Attack zu launchen. Tja. Die Bohrinsel. Nachdem er Onava und Paschua besiegt hat, die beiden, der verderbt hat, das Wörm zum Opfer gefallen waren, bricht Kahal zur Bohrinsel an der pazifischen Küste auf, auf die Watkins mit der Dana geflohen ist. So trifft er die Fianna Krieger mit Ava und ihren Aktivisten. Deren Ziel ist es, sowohl die Bohrinsel als auch die öbologische Waffe zu zerstören, die dort gelagert ist. Das einzige, was für Kahal zählt, ist seine Tochter. Tja. Wie unerwartet. Irgendwie hat es mir im Wald besser gefallen. Mein Mann hat bereits geschehen den Sektor. Watkins und seine Truppen wissen wir hier. Es geht nicht. Sie werden mich nicht verhören, zu finden meine Daughter. Ich weiß, aber es gibt etwas mehr hier, Kahal. Ich habe Zeit, um die Daten zu analysieren, die wir von Endurance HQ in Nevada bekommen haben. Die Biofuel und die Behandlung untergebracht werden von den Prisonern sind beide linken zu der Erde-Blood-Turtle-Koll. Nur Adana ist wichtig. Ja, dann machen wir alles kaputt. So, na dann. Auf ein neues. Gemetzel. Was denn sonst? Genau, die Bolzen haben wir schon. Was haben wir hier? Äh, erste Gruppe, Sprengstoff platzieren und bereit machen. Anführer Marco. Zweite Gruppe, Verteidigung der ersten Gruppe. Das macht der Deckel. Und die dritte Gruppe, Aufklärung und Überwachung. Das macht Maeva. Na schön. Ja, schön, wenn sie bereit sind. Das ist ganz toll. Ich habe noch drei Punkte. Was mache ich damit? Ja, das ist gut. Windklauen. Die benutze ich auch sehr oft, finde ich. Die gefallen mir auch. Na dann. Setzen wir dem Ganzen hier ein schnelles Ende. Mit der Betonung auf schnell. Na toll. Vier Sektoren. Es wird doch nicht schnell gehen. Wer hätte das gedacht? So, und wie komme ich jetzt da rein? Hm. Die sind tot, oder? Die stehen nicht mehr auf. Die sehen lecker aus, die Burschen. Ach, das sind unsere. Okay, ich wollte schon sagen. Nett, dass ich jetzt die Falschen umbringe. Das wäre schlecht. Okay, so. Halt, was? Da muss ich lang, okay? Nach oben. Zum Heli. Na, das kann was werden. Keine Gegner? Komm her auf. Glaubt euch doch, kein Mensch. Das stimmt doch was nicht. Das riecht doch schon wieder an einer Falle. Just keep going. I'll have my people primed the explosives so we can take this place down. Roger. Aha, da geht's schon los. Genau, ja sicher. Die volle Kapelle hier, ne? Alles klar. Na dann. Also, Kameras aus, bitte. Hier haben wir noch ein paar Bolzen, aber ich glaube, die braue ich nicht wirklich. Das drin ist so viel Theater. Da helfen mir die Bolzen kein bisschen da. Ich sollte aber dringend sabotieren, glaube ich. Sollte ganz dringend sabotieren. Sonst endet das echt böse. Ja, da kommt der nächste Mech raus hier, ne? Den sehe ich ja jetzt schon vor mir. Okay, die sind so zu weit. Das ist ja gemein. Brauen sie sich alleine nicht, oder was? Okay, so. Das ist mal der hier. Schwupp. Da drüben könnte ich sabotieren, aber da steht der Diggi, ne? Da habe ich jetzt auch keinen Bock. Schnauze halten jetzt hier. Der Diggi sieht mich. Jawoll. Okay, es war jetzt aber flott. Ah, jetzt haben sie sich getrennt? Okay. Das ist nur noch der Diggi und der Typ hier. Das ist nur noch der Diggi und der Typ hier. Okay, jetzt ist nur noch der Diggi da. Aber der, der wird sich nicht austricksen lassen, ne? Außer ich locken. Ne, ne, die Tür ist versperrt. Das sehe ich von hier. Tja, hier muss ich wieder bashen, glaube ich. Aber gut, zumindest ich habe zweimal... Ich habe zweimal sabotiert. Mehr kann ich nicht machen. Ja, habe alle ausgeschaltet. Okay, das hat jetzt nichts gebracht. Kann ich den irgendwie herlocken? Ne, geht nicht. Oh, der ist taub, oder was? Ah. Oh, oh. Besser geht nicht. Tja. Boah. Bule, auf geht's. Auf zum Tanzen, liebe Freunde. Okay, der tanzt aber ganz schön schlecht hier. Tritt auf die Füße. Alter, hier geht's wieder zu, Mensch. So, haben wir sie jetzt, oder? Ne, haben wir natürlich nicht. Muss noch weiter gehen, ne? Gehen, aber muss ein bisschen gekloppt werden. Haben wir schon lang nicht mehr. Junge, Junge, jetzt ist aber Schluss, gell? Jawohl. Ja, genau. Noch eine Welle. Jetzt wird's länger nicht. Also, jetzt, jetzt wird's echt lächerlich. Noch einer. Ja, klar. Auch so ein Zeichen. Auch so ein Zeichen dafür, ne? Jetzt geht die Tür plötzlich auf, ne? Ich hab alles schön sneaky biege gemacht, bis auf den letzten Idioten. Der ging nicht, weil ein Dicker und so, und ja, ja. Also, echt auffällig. Das hat's eigentlich nicht nötig. Das ist, das hat so ein bisschen faden Beigeschmack. Das gibt leider einen Abzug, finde ich. Es gibt leider einen Abzug in der B-Note. Da ist der Nächste. Ja, da weißt du genau, hier gibt's auch Klopperei. Unnötig. Einfach nur unnötig, so was. Hello. So, wenn ich den Klopp, sehen die das natürlich. Klar, da ist was los. Da drüben ist die blöde Kamera. Oh, das, das probieren wir mal mit, mit Dingens. Klar, der hat nicht geklappt. Moment, ich versuch's nochmal. Ah, jetzt habe ich, kann ich ihn herlocken. Sehr gut. Hier, komm, hier, hier, hier. Ja, 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 ja. Sehr gut. Also, das hätte ich öfter ausprobieren sollen, vielleicht, mit dem herlocken. Wo kann ich sabotieren? Da drüben könnte ich. Das heißt, wenn ich's schaffe, da rüber zu kommen. Mit dem Doppelsprung vielleicht, ja. Okay. So, jetzt, jetzt war da der, oder was? Okay, schauen. Jetzt geht, jetzt schwärm wir dir aus. Ah, ihr seid ja gemein, oder? Ihr seid doch linke Barzillen hier. Woher haben sie nur blöd rumgestanden? Jetzt wird ausgeschwärmt. Sehr witzig. Armleuchter. Vorsicht, ich denke an die scheiß Kamera. Ja. Warum? Ich krieg ihn nicht. Ich kann ihn nicht reinziehen. Es geht nicht. Echt ärgerlich. Jawoll. Okay. Also, offenbar konnten wir uns hier erfolgreich durchschleichen. Das ist schon mal positiv. Ich bin im Nordsektor. Jetzt was? Das Terminal nach unten. Und alle die Gäste in deinem Weg. Es gibt halt auch Stellen, da kannst du dich nicht durchschleichen. Da musst du kloppen. Und das nimmt gerade so ein bisschen überhand, finde ich. Ah ja. Okay, da ist ein Geschütz. Da hinten ist wieder so ein fieser, gemeiner Digger. Genau so einer nämlich. Ja. Genau, der Präsident zählt auf euch. Ganz toll. Super, Freunde. Ja, perfekt. Tschüss Gott, hier kommt das Vögelchen. Okay, so. Jeder, der tot ist, kann sich schon mal nicht verwandeln. Verdammte Kamera. die hat es nicht gesehen mein gottes der blind ja das ist ja noch jede menge von den idioten hier hat keiner gesehen es ist so geil junge junge seid ihr alle blind tja aber jetzt wird es leider nicht mehr so witzig ja natürlich kommt noch einer noch einer noch einer jaja komm komm ja ja du bist schon längst tot junge du kannst gar nicht mehr quatschen ja was haben nur noch der dicke aber das ist ein problem mit dem dicken ok der macht jetzt da die die suche nach dem osterhasen der typ da drin aber nicht unser problem den können wir doch umgehen ist sehr gut ich warte jetzt bis der trottel weg ist da sollte das eine osterhasen parade machen wenn der mich nicht findet jetzt keinen spawn ja wohl sehr gut klopperei aus dem weg gegangen ich bin mir sicher dass vielleicht das eine oder andere auch silent gegangen wäre habe ich mir einfach so blöd angestellt habe gebe ich auf und zu uah jesus mein gott drei stück vier stück am oje vier stück da sind vier da sind vier sehr witzig da komme ich nicht leise durch leute das geht nicht ich wüsste nicht wie ne da ist jubel vorprogrammiert ne die bewegen sich auch nicht keine chance keine chance ah da jetzt kommt einer ok jawoll also ab geht's ist doch wurscht was soll's bäm genau noch ein paar verrückte biecher hier kommen ist doch egal wie wird mir das fehlen das geht noch weh Ja, das sind die Momente, da kommst du, ah, da bin ich echt mit dem dicken Hals. Die Herausforderung, da irgendwie leise durchzukommen, das ist doch, das ist doch das, was es so spannend macht, finde ich. Und wenn du da weißt, du kommst da nicht durch, du hast keine Chance hier leise durchzukommen, dann ärgert mich das. Und das spreche ich dann fünfmal an. Okay, es reicht nicht. Ja, ja. Keep your eyes open, hey auf, du. Da drüben nur ein blöder Mech, ganz toll. Hallo. Bis Gott. So, schaut keiner, Sabotage. Okay. Eins, zwei, drei. Den Mech kannst du auch nicht kaputt machen. Also leise meine ich jetzt. Das geht auch nicht. Okay, versuchen wir es hier rum, jawohl. Umgang in das Problem. Ich würde mir gern Kaffee rauslassen, aber, naja. Muss immer den Schnaps saufen, gell. So, Doktor Lesterman. Die Operation zählte der Viridian State Prison, sind nicht in der Lage, die Fortsetzung unter Reszess zu bewältigen. Bitte bereiten Sie ein Labor vor, na dann. Das Werwolfsobjekt ist von unserer Offshore-Basis aufzunehmen. Wieder so'n Dicker. Oh, zum Glück muss ich da nicht rein. Das hätte mich jetzt geärgert. Ich bin in der Nordsektor-Basis. Die Server, die du schauen hast, ist downstairs. Oh, fuck. Was ist das? Ich habe zwei Black Spirale Dancers auf meinem Schraub. Sie warten für sie. Black Spirales? Tänzer der schwarzen Spirale, na toll. Beistück. Als einer reicht ja schon, ne, aber zwei ist dann schon fies. Kann ich hier noch irgendwas? Nein. Irgendwas zu meinem Vorteil? Nein. Gut. Schade. Nächstes wurde gespeichert. Aha. Die wirken etwas abgelegt. Servus. Na dann. Also, wenn's sein muss. Ach, der hat auch so Silberangriffe oder was? Ne, hat er nicht. Okay, sah doch so aus. Boah, was hat denn der Flitzpiefe hier? Schau mal. Der ist ja witzig. Wie schnell ist denn der, bitte? Sag mal, das gibt's ja gar nicht. Ja, jetzt wird's aber finster da. Ja, jetzt wird's aber finster da. Okay, ihr wollt es so. Ihr kriegt es so, Jungs. Und gute Nacht, mein Freund. Hör, was? Ach, jetzt haben wir den wütenden Tänzer der schwarzen Spirale. Na ja, das ist ein Glückwunsch. Heißt, wütend ist er noch gefährlich hier, oder wie? Und was war er bisher? Der, der Kalmierte. Gott, oh, Junge, der teilt aber ganz schön aus hier, da. Oh. Der hat auch lustige Tricks drauf, der Bub. Speedy Gonzales, ey, das ist nicht der Ernst. So, da jetzt wieder. Ah, komm, hör auf. Und gute Nacht jetzt. Jetzt ist Schluss. Zeig ich doch. Ja, blöderweise ist hier zu. Oh, aber es gibt Mittel und Wege. Äh, ein Punkt. Ja, komm, den sparen wir uns. Moment, lasst mal einen Schnaps trinken hier, genau. Okay, okay. Hello there. Hello there. Also, Türen auf wie die... Okay. Was haben wir hier noch von DataPack? Die Tänzer der schwarzen Spirale wurden auf Anweisung des Präsidenten zur Basis gebracht. Mhm. Die fordern die sofortige Anlieferung der Leichen von Personen an, die dem Programm erledigen sind, oder von Individuen, die als ungeeignet beurteilt wurden. Sie sollen ausreichen, um die Tänzer in den kommenden Wochen zu ernähren. Auch eine interessante Firmenpolitik. Diese Sons of Bitches won't hurt anyone again. Okay. Jetzt könnte Sneaky funktionieren. Oh, ich hab ich das gesagt. Ja, ich war so leichtsinnig und hab das gesagt. Kameras? Nicht, gell? Nee. Oh, wo gehen die hin? Ah, da geht einer außenrum. Sehr gut. Komm, bleibst. Jawohl. Grüß Gott. Die unterhalten sich. Ja. Kommt der nächste hier rüber? Ja, den werden wir gleich mal hier erledigen, wenn er kommt. Komm, hier kommt's Vögelchen. Nein, nicht da rum. Scheiße, jetzt kommt der Trottel zu mir. Das ist ja blöd. Das will ich nicht. Aber gut. Geht zum Glück auch so. So, dann schnell da rüber. Und ein bisschen Sabotage machen. Nur für den Fall der Fälle, dass irgendwas in die Hose geht. Was ja bei uns nie vorkommt. Läuft. Sorge war unbegründet. Was aber denn hier schön ist? Ui. Ui. Ja, ich versuch's. Ava. Wo ist der Plan? Boah. Nicht euer Ernst, oder? Okay, die Maschine sind jetzt alle da rein. Geht gefälligst, wann das hin? Kann ich hier abhauen? Komm, komm, lass uns, lass uns abhauen. Ah. Scheiße, es geht nicht. Ich kann nicht abhauen. Ah. Das hätte ich jetzt lustig. Aber gut. Oh Gott. Ernsthaft? Ist das dein Ernst? Er glitscht da durch das Ding durch. Ach komm. Okay. Wenn du meinst, dann, ja. Ich sag nix. Alles gut. Ich sag nochmal, Leute. Es ist immer noch eine Pre-Release-Version, die ich hier spiel. Also, dann nochmal. So, da trennen sich die Wege. Genau. Hier kommt der erste Onkel. Zack. Weg mit ihm. Da kommt dann gleich der zweite Onkel. Dann machen wir den dritten kaputt. Und der da drüben, der hat Scheuklappen auf. Der sieht sowieso nix. Respekt. Ganz groß. Und aus Prinzip. Genau. Ihr kennt es ja. Zack. Aus Prinzip muss es sein. Sabotieren. Sie meinen, dass hier kein Speicherpunkt gibt, ne? Sollte man doch meinen, dass hier jetzt ein Speicherpunkt gesetzt ist. Aber nö, ist nicht. Hm. Okay, wenn ich es schaffe, ein paar Hops zu nehmen, wird der Kampf leicht. Also leichter. Hoffentlich. Aussparament, Leute. Er mutiert. Oh, ein paar mutieren. Ja. Alle eigentlich fast, ne? Ja, aber die Feiglige, die stehen alle auf dem Fleck. Okay. 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 ja das wird nix glaube ich mit sneaky und so dass sich der ein nach dem anderen ausschalten kann nee das ich glaube hier muss nur die holzhammer methode angewendet werden also gut dann gibt es den holzhammer ihr wollt es so ihr kriegt es so wow ei 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 der hat gebrannt hier kommt die verstärkung jawoll der mädchen wunderbar du kannst auch zum alteisenturnen hier spiliglump so genau gib dich der dunklen seite hin da kommen noch ein paar sehr gut ach himmel das gibt es doch nicht was ist denn das für die schöne welt das kann doch nicht sein sobald du da raus gehst auf die plattform schwupp ist vorbei jetzt regt es mich auf boah leute ich drehe durch ne ne also ich merke schon das wird auch noch mal eine ewig lange folge hier deswegen machen wir vielleicht noch mal ein kurzes schnitt oder ja hilft nix also das finale gekloppe gibt es beim nächsten mal es tut mir leid ich muss jetzt schnell einen kaffee trinken weil sonst drehe ich hier völlig durch hilft nix also danke für eure geduld bis zum nächsten mal eine gute zeit macht es gut und servus